Heute ist Sonntag und um 11 Uhr gehen viele Männer ja zum Frühschoppen. Die Betrügerin Lisa Bremer scheint vor dem Telefonat auch schon den ein oder anderen Alkohol getrunken zu haben. Jedenfalls hört sich ihre verwaschene, genuschelte Sprache so an. Außerdem entschuldigt sie sich dauernd und macht trotzdem immer wieder denselben Fehler. Das kann doch nur am fehlenden Intellekt oder am Alkohol liegen. Nach dem Intro könnt ihr hören, wie ich mit solchen Gestalten umgehe. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo! Hallo, guten Tag, George. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Wer ist da bitte? Mein Name ist Lisa Bremer und ich schufe Ihnen über die Anmeldung, die Sie haben gemacht. Ernieren Sie sich? Ich verstehe Sie leider nicht. Ihr Bräulein Handel oder Investitionen hat Geld verdient und Profite machen online. Ja, wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Lisa Bremer. Sie nuscheln sehr. Lisa Bremer? Ja. Okay, gut. So, und wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich weiß. Ich weiß, was Onlinehandel ist. Ich verkaufe jede Menge Sachen bei Ebay. Das ist Onlinehandel. Nein, Onlinehandel. Okay, ich weiß, aber Sie können investieren in Bitcoin, in Tesla, in Amazon, in Ethereum. Welche Sprache sprechen Sie eigentlich? Sie nuscheln sehr. Ich verstehe Sie leider nicht. Sie können investieren in Bitcoin, in Tesla, in Amazon, in Ethereum. Ja, das kann ich. Das kann ich. Richtig, das kann ich. Ja, haben Sie investiert oder nicht? Was? Ich? Warum sollte ich? Warum sollte ich Ihnen sowas sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Sie haben mich investiert, ja? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, weil ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte sagen, ich möchte sagen. Versuchen Sie doch mal, den Mund aufzumachen beim Sprechen. Halt. Wann ich spreche? Ja, wenn Sie den Mund riecht, bitte den Mund, bitte den Mund öffnen beim Reden. Sie nuscheln extrem. Sie haben eine Anmeldung bei unserer Firma gemacht und ich schufe Ihnen. Gut, welche Firma ist das? Unsere Firma heißt My Fair Cup. Wie bitte? My Fair Cup. My was? My Fair Cup. Können Sie das mal buchstabieren? Ich verstehe es nicht. Buchstabieren Sie es mal in Ihrer Webseite. M. Das Mutter. Ja. Das Mutter. A. Wie Anton. Ja. Y. Ja. Z. Das Vier. Bitte was? Oh, es ist Party bei Ihnen. Z. Also, Martha, Anton, Y. Und weiter? Z. Das Schlage. Mit was? Welchen Buchstaben bitte? F. F. Schlage. Ich verstehe Ihre Sprache leider nicht. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Mein Fair Cup. Buchstabieren Sie mal weiter. Okay. F. Das Schlage. Bitte was? Also, Martha, Anta, Y. Ja, Epsilon. F, das ist Farb. Wie Farbe? Ja. Ja, dann müssen Sie das so deutlich sagen. Sie sprechen eine Sprache, die ich nicht kann. Also, Mai, F. Und weiter? Ah, wie Anton? Ja. I? Ja. L? Ja. L. L, L. Ja, R. Ja. Ja. K? Was bitte? K, K. K? Es gibt keinen deutschen Buchstaben, der K heißt. Oh, mein Gott. Ja, müssen Sie... Mai, F. K. Mai, F. K. Ein K, also K wie Konrad. Ja. Also, Mai, F. K. Und weiter? B, Mai, F. K. Mai, also, nochmal. Marta, Anton, Y, Friedrich, Anton, Ida, Richard, Konrad. Und weiter? A, Anton. Ja. Anton. Ja, habe ich schon. Und? B. Was, der letzte Buchstabe? B, 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 B. P wie was? Oh, mein Gott. Mai, F. K. Ein P wie Paula. P wie Paula. Ja, Sie sprechen Buchstaben, die ich nicht kenne. Also, Mai, F. K. Punkt. Was? Okay. Und dann Punkt, Punkt.de. Das ist alles. Nee, es muss ja... Eine Website hat doch eine Endung. www.maifaircup.de.com.was. Okay. 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 Ja, sagen Sie es. Mai Fair Cup. Ja. Okay. UK. Ah, so. Jetzt haben wir es doch. Oh, mein Gott. Ja, Sie... Was kann ich dafür, wenn Sie so... Was? Hallo? Kann ich sprechen? Nein, erst mal möchte ich etwas sagen. Was kann ich dafür, wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen? Ich spreche Deutsch, aber Sie verstehen... Doch, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Sprechen Sie... Ich verstehe Sie doch gar nicht. So, also myfaircup.uk gibt es nicht, die Webseite. Sie haben vielleicht falsch gebuchstabiert. Ich buchstabiere nochmal. Ich buchstabiere nochmal. Okay, haben Sie deine Zubulantrede? Hallo? Ich möchte... Hallo? Mal zuhören! Hallo? Zuhören! Also, ich will investieren, aber dazu brauche ich Ihre Webseite. Und ich buchstabiere Sie nochmal. Sie können es mir ja auch per E-Mail schicken, oder? Ja, ich kann Ihnen unsere Filme bei E-Mail schicken, ich kann das machen und sie kann sein. Haben Sie in der Zubulantrede, ja oder nein? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ja, ich kann Ihnen bei E-Mail schicken. Ja, dann los! Ich warte! Jetzt? Sie möchten Sie jetzt? Ja, natürlich jetzt! Wenn Sie schon nicht in der Lage sind, Ihre Webseite zu buchstabieren, möchte ich gerne wissen, soll Sie mir das... Lernen Sie doch erstmal ein bisschen Deutsch, ich verstehe Sie doch gar nicht. Machen Sie den Mund auf beim Reden. Ich verstehe Sie gar nicht. Warum müssen Sie meine Filme? Ich habe meine... Ich verstehe Ihre Sprache nicht. Sie sprechen nicht Deutsch. Ich möchte gerne wissen, welches Ihre Webseite ist. Okay, ist super Morgen, okay? Nein, Sie soll mir die E-Mail schicken. Ja. Gut. Okay, ich bin... Deswegen sollen Sie mir die E-Mail schicken. Okay, Herr... Ja, schicken Sie. Haben Sie jetzt geschickt? Aber Sie interessieren zu mir, ja oder nein? Warum sollte ich das denn sonst, die E-Mail haben wollen, wenn ich... Hallo! Ja oder nein? Möchten Sie wissen, ja oder nein? Ich habe das doch mehrfach gesagt. Verstehen Sie einfach kein Deutsch? Ja oder nein? Ich habe es mehrfach gesagt. Mehrfach. Nein, Sie haben Sie gesagt, ja oder nein? Ich habe es mehrfach beantwortet, Ihre Frage. Ich habe Ihre Frage mehrfach beantwortet. Ich habe Ihre Frage mehrfach beantwortet. Ich habe Ihre Frage mehrfach beantwortet. Ja oder nein? Ich habe Ihre Frage schon beantwortet. Nein, nein, nein. Ich habe Ihre Frage schon mehrfach beantwortet. Nein, nein, nein. Ich habe Ihre Frage schon mehrfach beantwortet. Nein, 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 nein. Na, sind Sie so schlecht, so dumm? Hall. Hall, 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 hall. Lernen Sie doch mal Deutsch. Okay, Hall. Ich warte auf Ihre E-Mail. Okay, ich schicke eine E-Mail. Ja, ich warte am Telefon. Ich warte hier am Telefon. Schicken Sie los. Ja, bitte. Ja, hallo, wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Was bitte? Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Wer ist denn da? So, mein Name ist Lisa Bremmer. Und wir haben gesprochen über das Trading. Ernährung Sie sich? Über was? Über Online Trading gestern. Sie nuscheln leider immer noch so stark. Ich verstehe Sie kaum. Wir haben gestern gesprochen über Online Trading, Online Investitionen. Ja, und? Und Sie sagen mir, Sie möchten unsere Firma sehen. Was möchte ich sehen? Unsere Firma. Ja, gut. Wie heißt denn Ihre Firma? So, meine Firma heißt MyFairCup. Ich habe Ihnen gestern Abend. Ach da, ja, das war die Webseite, die Sie falsch buchstabiert haben. Ja. Ja, genau. Sie waren also nicht in der Lage, Ihre eigene Webseite zu buchstabieren. Okay, Herr. Ich habe Ihnen gesagt, haben Sie Erfahrung mit dem Land Handel? Ja, habe ich. Haben Sie Geld verloren? Haben Sie eine gute oder schlechte Erfahrung? Das wüsste, ich wüsste nicht, dass Sie das etwas angeht. Okay, Herr. Haben Sie Geld verloren, oder was? Ich wüsste nicht, dass Sie das etwas angeht. Okay, und warum? Weil das Privatsache ist. Ja, ich weiß, dass Sie ein Privatsacher haben. Doch, dass es Privatsache ist. Sie hat schon sehr Privatsache. Ja, Herr. Ich weiß, dass es ein Privatsache ist. Aber Sie haben die Anmeldung in Ihre Firma gemacht. Wie, 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 wie? Machen Sie doch mal die Zähne auseinander beim Reden. Ich verstehe Sie nicht. Sie nuscheln. Sie haben ein Anmeldung in Ihre Firma gemacht. Und ich ruf sie Ihnen zu erklären und sage Ihnen, Was hat passiert mit dieser Anmeldung? Ja, dann erklären Sie mal, aber versuchen Sie deutlich zu reden. Sie haben gewusst, ja? Weil haben Sie diese Besitzung gemacht? Ich wüsste nicht, dass Sie das etwas angeht. Oh mein Gott, ich schufe Ihnen und frage Sie, was hat passiert mit dieser Anmeldung? Sie haben es in unserer Firma gemacht. Haben Sie schon investiert? Haben Sie die Erfahrung? Bei Ihrer Firma habe ich nicht investiert, richtig? Ja, ich weiß das. Genau. Okay, Herr. Wie heißt es, dass Sie investiert haben? Das geht Sie doch gar nichts an. Oh mein Gott, Herr. Oh mein Gott, ja. Das geht Sie nichts an. Okay. Wann haben Sie diese Besitzung gemacht? Das geht Sie auch nichts an. Sie wollen mir etwas über Ihre Firma sagen? Dann sagt Sie etwas über Ihre Firma. Okay. Wenn Sie sagen, Sie mich nicht, was hat das mit dieser Investition? Warum muss ich sagen, unsere Firma? Ja, Sie wollen mich doch offensichtlich als Kunden gewinnen. Dann sollten Sie etwas über Ihre Firma sagen. Nein. Nein. Ich habe es dann bei uns gemacht. Ich gebe Ihnen Informationen. Ja, dann geben Sie doch erst mal Informationen. Dann geben Sie doch erst mal Informationen. Okay, Herr. Ich gebe Ihnen die Informationen. Ja, dann los. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Firma heißt MyFest. Und wissen Sie, was Online-Handel ist? Bitte was? Sie müssen deutlich reden. Ich verstehe Sie nicht. Wissen Sie, was Online-Handel ist? Ja, das weiß ich. Okay. Online-Handel und Investitionen, wie Sie haben, die Möglichkeit, mit verschiedenen Finanzinstrumenten zu investieren. Ja? Ja. Ich weiß, was Online-Handel ist. Okay. In welche Plattform, in welche Finanzinstrumenten haben Sie investiert? In Bitcoin, in Tesla, in Amazon? Das geht Sie doch gar nichts an. Das sagte ich mehrfach. Okay, Herr. Okay. So, in unseren Firmen, Sie arbeiten zwei Wochen. In zwei Wochen, Sie arbeiten mit einem Broker. Und die Broker erzählen Ihnen, welche Plattform, welche Finanzinstrumenten, ist es besser für Ihnen zu investieren. Okay? Zu über was? Welche Plattform, welche Finanzinstrumenten, ist es besser für Ihnen zu investieren? Okay? Ja, dann welche Möglichkeiten bieten Sie denn? So, in unsere Firma, Sie investieren und, äh, 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 aber erst, Sie investieren, Sie müssen ein Konto eröffnen und in diese Konto, Sie müssen ein Konto eröffnen und Sie können, wenn Sie möchten, Sie können sehen, wie viel Geld. Ach, jetzt hat sie auch, mein Gott. Was eine dumme Kuh. Hi, Freddy. Guten Tag. Es war wieder MyFairCup. Jetzt ruft Sie wieder an. Ich mach, äh, ich hol dazu. Hallo? Ja. Ja, Herr George. Warum legen Sie denn auf? Nein, Sie legen auf. Ich habe nicht aufgelegt. Ich habe Ihnen zugehört. Okay, Herr, ein Problem. Das ist kein Problem mit dem Internet. Ich heiße übrigens nicht Herr. Ich habe einen Nachnamen. Okay, Herr, Entschuldigung. Ja, welchen Namen habe ich denn? George Walthier. Nein, Vorreiter. Vorreiter. Sie können nicht lesen. Okay, Herr. Herr Vorreiter, bitte. Ja, Entschuldigung. Ja. So, ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen erst mal, Sie müssen ein Konto eröffnen. Und von diesem Konto Sie können erlogen, wenn Sie möchten und sehen, wie viel Geld haben Sie. Oh, mein Gott. Ja, Herr Vorreiter, warum legen Sie auf? Ich habe nicht aufgelegt. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich habe nicht aufgelegt. Ja, ich habe nicht aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Ja. Ja, Sie haben aufgelegt. Ich habe, weil ich, verstehen Sie die deutsche Sprache? Ich habe nicht aufgelegt. Ja, Sie haben aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Verstehen Sie meine Sprache? Ich habe nicht aufgelegt. Oh, mein Gott. Ja, Sie, 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 Sie. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Wünsche ich Ihnen nicht. Tschüss, Betrüger. Hallo. 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 Ja, Herr George. Wem wollen Sie widersprechen? Ich will mit Herrn George Wolter sprechen. Bitte den Nachnamen nochmal. George Wolter. Herr Vorreiter ist mein Name, ja. Ja. Ja, ich will mit Ihnen sprechen. Sie lallen so extrem. Sind Sie betrunken? Was? Sie lallen extrem. Sind Sie betrunken? Nein, Herr. Herr Vorreiter. Herr Vorreiter. So, Herr normal. Okay, Herr normal. Entschuldigung. Mein Name ist Lisa Bremme. Die Finanzberaterin von Onlinehandel. Und ich schufe Ihnen über diese Anmeldung, das Sie haben gemacht, so lange her, Online-Trading, Online-Investitionen hat. Ja, und welche jetzt Online-Handel? Okay. Online-Trading, Online-Investitionen, wo Sie können, wo Sie haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Finanzen, die Summete zu investieren. Zum Beispiel Bitcoin, Facebook, Amazon, Ethereum. Sie können investieren, in welche Plattform Sie möchten. Ja, und welches ist Ihre Plattform jetzt? Oh, äh, meine Plattform heißt, unsere Plattform heißt, MyFeedCup. Oh. Bitte was? Können Sie dem Mann im Hintergrund mal sagen, er soll leiser sein, reden der so laut? Hallo, hallo. Können Sie bitte dafür sorgen, dass der Hintermann ein bisschen leiser ist? Ich höre den besser als Sie. Okay, Entschuldigung. Gut, können Sie das mal buchstabieren, bitte? Ja, MyFeedCup. M, das Motto. A, wie Anton. Y. B. Was? Das Flage. B, das Flage. Ich verstehe Ihre Buchstaben leider nicht. Okay, normal. Können Sie es bitte Deutsch buchstabieren? Können Sie bitte Deutsch buchstabieren? Können Sie... Okay, normal. Lassen Sie mich doch mal ausreden! Können Sie bitte Deutsch buchstabieren? Normal, ich buchstabiere normal. M, das Mutter. Ja? Ja, nicht das Mutter, sondern wie Mutter. Wie Mutter. M. Ja. A. A, wie Anton. Ja. Y. F, das Frau. Ja. A, wie Anton. Ja. I. I. I, wie? I. I und R. I, wie was? I, wie Igel. Ja. Ja. Igel. Und L, das, äh, die Farbe Rot. Ja. Mai Fär. Und weiter? Ja. Mai Fär. Okay, das, äh, C, das C, du. Cäsar. Ja. A, wie Anton. Und Fär? Wie Paula. Ja. Wie Paula. Ja. Und weiter? Das ist alles. Und wir lassen halt Mai Färgern. Mai Färgern. Ach, also doch ein Dot. Doch ein Dot. Dot, 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 dot. Ja, und weiter? Ja, Dot, oh, Entschuldigung, warte. Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Ja. I, oh, ja. Ja. Ihr Telefon ist kaputt? I, oh. Ja, Entschuldigung. Ja, Mai Färgern. Punkt, I, oh. Okay. Ja, das ist unsere Plattform, Sie können sehen am Internet, okay? Gut, und was bietet Ihre Plattform an? So, unsere Plattform. Ich habe Ihnen gesagt, dass Landtrading ist, Landinvestitionen, wo Sie haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Finanzinstrumenten zu investieren. Okay? Und welche, welche Finanzinstrumente? Ich habe Ihnen gesagt, Sie können investieren, wenn Sie davon Sie möchten. Mit welchen Finanzinstrumente? Ja. Hallo, mit welchen Finanzinstrumenten? Ja, Bitcoin, Tesla, Amazon, Etero, Sie können investieren, in welche Plattformen Sie möchten. Was ist denn Etero-Too? Sie können investieren, in welche Plattformen, in welche Finanzinstrumente Sie möchten. Okay, Hans? In Bitcoin, in Tesla, in Amazon. Okay, ich möchte gerne mit Kobold-Aktien und mit seltenen Erden investieren. Ja, mit Aktien, okay, sehr gut. Aber erst mal lassen Sie mir erklären, unsere Arbeit, und dann Sie können investieren, in welche Plattformen Sie möchten, in welche Finanzinstrumente Sie möchten. Okay? Ja, dann erzählen Sie mal. Haben Sie mir verstanden? So, Herr. Kann ich fragen, sind Sie Experten oder ich? Ja, offensichtlich. Ja, dann erklären Sie doch endlich. Ich warte die ganze Zeit drauf. Ja, Herr. So, aber erst mal... Ja, Herr Vorreiter bin ich. Aber erst mal, Sie müssen ein Konto eröffnen, wo Sie kann einloggen und sehen, wie viel Geld haben Sie investiert, wie viele Profite haben Sie gemacht. Und die Bonus, das ist eine Rechteinwand geben Ihnen, wie eine Willkommensbonus. Ja? Sie sprechen leider sehr schlecht Deutsch. Ich verstehe nur die Hälfte. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Herr Vorreiter ist mein Name. Herr Vorreiter, erst mal, Sie müssen ein Konto eröffnen, wo Sie kann einloggen und sehen, wie viel Geld haben Sie investiert, wie viele Profite haben Sie gemacht und die Bonus, das ist eine Willkommensbonus, ja? Ja. Sehr gut. Sehr gut. So. Ja, wie ist das? Und, Herr, Sie testieren unsere Firma vor zwei Wochen. Sie arbeiten mit uns vor zwei Wochen. Und Sie testieren unsere Firma und sehen, wie viel Profite haben Sie gemacht. Sie sehen, wir geben Ihnen einen Experten. Sie sind麻one und sagen, Sie müssen einfach nur den Mund aufmachen beim Reden. die Zähne auseinander, dann verstehe ich Sie ja vielleicht. Deutlicher sprechen. Weil, äh, Sie, ich bin ein bisschen krank, okay? Ja, deswegen kann man aber trotzdem den Mund aufmachen beim Sprechen. Ja. Also jetzt noch mal deutlich. Und es heißt Herr Vorreiter. Sie arbeiten mit uns drei Wochen. Ich weiß, wo Sie geben Ihnen einen Experten. Ich verstehe Sie leider nicht. Langsam und deutlich sprechen. Sie nuscheln extrem. So, Herr. Herr Vorreiter. Herr, Herr Vorreiter. Sie arbeiten mit uns zwei Wochen, zwei Wochen, okay? Für eine Probe. Und wir geben Ihnen einen Experten. Gut. Ja? Ja, gut. Und in dieser zwei Wochen, Sie arbeiten mit uns, sehen, wie viele Profite haben Sie gemacht. Und Langsamer und deutlicher. Ich verstehe Sie nicht. Langsamer und deutlicher. Sie nuscheln wieder. Achter zwei Wochen. Sie müssen mit uns nicht zusammen arbeiten. Sie können gehen, dass Sie haben investiert bekommen. Mit den Profiten, die Sie haben bekommen. Das Sie haben erinnert. Okay? Okay. Und achter zwei Wochen. Sie sagen mir. Und Sie sagen die Experten. Ich muss mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten. Sie können die Gälder, Sie haben investiert. Wir kommen mit den Profiten. Ja, das sagten Sie bereits. Wie viel, bitte? 215 Euro. Was ist das für eine Zahl? 215? Was ist das? 215 Euro. Also 215, 215. 215. 215 0. Das heißt, das heißt, Ja, Euro. Ja, und nicht 215. Okay. Entschuldigung. Okay. So. Sie gibt niemanden. Und dann wir geben Ihnen einen Experten. Sie arbeiten mit dem Experten. Die Experten geben Ihnen mehr Informationen und die Experten erklären mehr alles. Okay? Es ist nicht zu verstehen, Ihre Sprache. Jetzt mal angenommen, ich möchte bei Ihnen investieren. Wie kann ich das machen? Ja, first. Erstmal ist mit der Plattform Ihnen erklären, sehen Sie die Plattform, die Anmeldung in Ihre Plattform und dann will man in welche finanzielle Minderung investieren? Das hatte ich Ihnen schon gesagt. In Aktiv. Ich möchte gerne in Kobold und seltene Erden investieren. Okay, sehr gut. So, man... Nicht her, Herr Vorreiter, Herr Vorreiter, bitte. Herr Vorreiter, Herr Vorreiter, Entschuldigung, Entschuldigung. Herr Vorreiter, machen wir eine Verbindung mit den Ideen, wo Sie kann, unsere Plattform schauen? Nö, ich bin auf Ihrer Plattform. Ich bin auf Ihrer Plattform. Ja, aber für die Investitionen, wir müssen eine Verbindung mit Ani das Mal. Ach, ach so. Ach so, ja, so. Und wie alt sind Sie halt? Ich bin 57. Herr Vorreiter. Oh, 15. Sieben, Herr Vorreiter, Sie sind... Fünf... Siebenundfünfzig? Ja, 57. Siebenundfünfzig. Okay, Herr. Herr Vorreiter. Herr Vorreiter, sind Sie verheiratet? Das geht Sie doch gar nichts an. Sind Sie denn verheiratet? Nein, Herr. Ja, gut. Interessiert mich aber auch nicht. Ja? Okay, kein Problem, Herr. Haben Sie... Äh, welche Bank benutzen Sie? Bitte was? Welche Bank benutzen Sie? In welchen Banken sind Sie eine Kunde? Ich habe verschiedene Banken. Sag mir eine Bank. Ja, zum Beispiel... Ich habe verschiedene Banken. Richtig, ich habe verschiedene Banken. Nicht zum Beispiel, nicht zum Beispiel, nicht zum Beispiel. Nicht zum Beispiel. Bitte was? In welchen Banken sind Sie eine Kunde? Ja, bei verschiedenen Banken, sagte ich gerade. Wozu wollen Sie das wissen? Okay, sag an mir eine Bank. Nein, warum sollte ich Ihnen das sagen? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Eine Frage. Ja, eben, aber das ist meine... Das ist meine Angelegenheit. Ich bin unter anderem auch bei der Sparkasse. Ja, okay. Beispiel, haben Sie Online-Banking? Natürlich. Okay, wie ist das? Man ist das? Nein. Beispiel, haben Sie Master oder Visa? Nein. Nur Online-Banking? Richtig. Welches Handy benutzen Sie? Gar keins. Sie benutzen kein Handy? Nein, Sie rufen hier auf einem Festnetztelefon an. Sie haben kein Smart Handy. iPhone oder Samsung? Nein. Keine. Aber meine Rosinen, Sie müssen mit mir sparsen oder was? Bitte? Sie sparsen mit mir? Nein, ich habe ein altes Nokia 33 8. Das ist kein Smartphone. Keine Smartphone. Keine Smartphone. Haben Sie eine Computer? Natürlich. Eine Computer PC? Okay. Sie haben... Noor, machen Sie eine Verbindung mit Anydesk? Nein, mache ich nicht. Ich sehe Ihre Plattform doch. Ich sehe Sie doch. Ich habe Sie offen. Ja, wir machen... Wir machen... Wir investieren. Wir machen eine Verbindung mit Anydesk. Nein, wir machen keine Investitionen mit Anydesk. Machen wir nicht. Sie haben auf meinem Rechner nichts zu tun. Anydesk. Sie haben eine solche Erfahrung mit Anydesk, ja? Nein. Ist das richtig? Nein. Und Sie wissen, was Anydesk ist? Ja, weiß ich. Ja, sehr gut. Ja, und warum machen Sie keine Verbindung mit Anydesk? Wie können Sie investieren und wir machen keine Verbindung? Ja, mein Administrator sagt für immer, Anydesk machen immer nur Betrüger. Sind Sie also ein Betrüger? Ja, ich weiß das, ja, ich weiß das. Ja. Aber Anydesk ist benutzt für alle die Kunden. Ja, das ist ja... Alle die Kunden. Dann sind Sie also ein Betrüger? Nein, Herr. Weil Anydesk ist benutzt für alle die Kunden. Ja, dann müssen Sie ein Betrüger sein, denn nur Betrüger wollen Anydesk benutzen. Nein, Herr. Nein, Herr. Nein, Herr. Also, ich werde kein... Ich... Hallo. Hallo. Mal zuhören. Ich werde kein Anydesk benutzen. So. Jetzt können Sie sich überlegen, ob ich bei Ihnen einsteigen soll oder nicht. Wenn ich einsteigen soll, dann senden Sie bitte Bankdaten und dann kann ich einsteigen. Wenn Sie das nicht wollen, kein Problem, dann nicht. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Wollen Sie mich machen? Warum lassen Sie mich denn immer nicht ausreden? Ich habe gesagt, Sie sollen mir Ihre Bankdaten schicken, dann kann ich das machen. Wenn Sie das nicht machen wollen, wenn Sie auf Anydesk bestehen, dann wird das nichts. Okay, Herr. Warum reden Sie eigentlich ständig dazwischen? Okay, Herr. Okay, ich verstehe. Aber wissen Sie, dass Anydesk ist benutzt in den Universitats, in allen Unternehmen, in allen Unternehmen? Nein, 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 kein reguläres, legales Unternehmen nutzt Anydesk. Keines. Ich weiß nicht, ich wissen, dass in den Universitats, Sie können Anydesk benutzen. Ich weiß es nicht, aber ich... Ja, Sie wissen es nicht. Genau, Sie wissen es nicht. Okay, okay, okay. Sie wissen es nicht. So, Herr. Äh, machen Sie einen Neu-Termin um 13 Uhr? Wozu? In 3 Uhr? Wozu? In 3 Uhr? Wozu? Heute. Heute. Weswegen? Okay, ich schweine um 3 Uhr heute. Warum? Warum? Weil ich habe eine andere Arbeit jetzt und ich kann nicht mehr mit Ihnen sprechen, okay? So, haben Sie Zeit um 3 Uhr mit Ihnen sprechen? Schicken Sie mir doch die Bankdaten einfach. Ja, ja, okay. Ja, ich warte. Ich schweine um 3 Uhr. Ich warte auf die Bankdaten. Ich warte auf die Bankdaten. Okay, Herr. Ich warte auf die Bankdaten. Okay, Herr. Ich schweine um 3 Uhr nochmal. Natürlich. Ja? Ja, hallo, Herr Wurzai. Mein Name ist Lina. Wir haben gesprochen. Ja. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ich will in 3 Uhr. Ja. Sehr guter Herr. So, äh. Ich habe eine Frage vor Ihnen. Sie sagen mir, nochmal, wie alt sind Sie? Das hatte ich Ihnen vorhin auch schon erzählt. Sind Sie so vergesslich? Nein, nein, Entschuldigung, aber ich habe vergessen. Entschuldigung, Entschuldigung, Herr. Herr Wurzai. So, können Sie mir nochmal sagen, wie alt sind Sie? 57, immer noch. 57. Richtig. 57. Und wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Und schon alkoholabhängig? Wie bitte? Ach, nichts. Okay. So, hör, äh, normalerweise, welche finanzielle Männer mussten Sie investieren? Das hatte ich Ihnen auch gesagt. Kobold und seltene Erden. Kobold? Und seltene Erden. Seht, ich habe nicht diese verstanden. Seltene Erden, das ist in der Computerindustrie ein sehr gewollter Rohstoff. Seltene Erden. Wo, 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 nochmal die, die letzte Worte? Seltene Erden. Okay. So, äh, haben Sie unsere Firma in Google gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Oh, okay. Sehr gut. Und, äh, ich habe Ihnen gesagt, Sie haben unsere Firma gesehen. Und, äh, so. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Ja, das hatte ich Ihnen schon gesagt. Sie wollten mir doch eine Bankdaten schicken. Habe ich nicht bekommen bis jetzt. Okay, halt. So. Okay, halt. Hervorreiter, immer noch. Hervorreiter, nicht passen mit mir. Möchten Sie die Besitzung machen? Ja, oder nicht. Aber nicht passen mit mir, okay? Ich habe es, ich habe es vorhin schon, ich habe es vorhin schon gesagt. Ja, möchte ich. Und dazu brauche ich die Bankdaten, um zu überweisen. Okay, halt. Äh, Jeremien, kann ich schon bei E-Mail die Bankdaten? Ja, richtig. Okay, ist gog.vortail.mailbox.org? Ja, richtig. Ja, das ist Jeremien. Okay, hör, mein Name ist Lisa, ich habe Ihnen gesagt, ich kann die Bankdaten bei mir geschickt. Und wo kann Sie diese Investitionen, machen Sie diese Investitionen heute? Ja, wenn ich die Bankdaten habe, ja. Heute? Ja, kann ich machen, wenn ich die Bankdaten habe, aber ich habe keine Bankdaten. Okay. Ich schicke die Bankdaten bei mir und da schicke mir die Beleg. Ja, ich warte, ich warte jetzt hier. Sie bleiben jetzt im Telefon, bis ich die Bankdaten habe, bitte. Ich habe vielleicht noch andere Fragen. Okay, welche Fragen haben Sie? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich möchte jetzt erstmal die Bankdaten haben. Vielleicht kommen da ja noch Fragen, wenn ich die Bankdaten sehe. Okay, so warten Sie, schicken die Bankdaten Ihnen bei mir. Ja, ja. Wie immer, wenn man Bankdaten haben will, müssen die erst von der Finanzabteilung angefordert werden, die in Wirklichkeit ein Money Mule ist. Deswegen schalten die sich minutenlang stumm, aber für euch habe ich diese Warteminuten natürlich herausgeschnitten. Okay, Herr Reiter, die Experte ist nicht erreichbar jetzt. So, ich schicke Ihnen wohl nach zehn Minuten, warten Sie, okay? Na, von mir aus auch das. Okay, und sehen Sie die E-Mail, wo ist die Bankdaten? Tschüssi, wohl nach zehn Minuten. Ja, ich warte. Ja, ich habe Ihnen die Bankdaten geschickt. Können Sie bitte bei mir gehen? Bei E-Mail? Ja, ich gucke nach. Ja, ich warte. So. Wenn es ist, sagen Sie mir. Ja, jetzt habe ich hier irgendwas. Was lesen Sie? Ich sehe hier eine deutsche Bank. Ja, und? Die Empfänger? Nee, hier steht nicht Empfänger, hier steht Empfänger. Ja, oh, Entschuldigung. Eine... Mit Wort, Entschuldigung. Ich habe schlecht geschrieben. Entschuldigung, Entschuldigung. Mit E hier. Entschuldigung. Wie hieß die Empfänger? Stanimir Ruskow. Ja, okay. Machen Sie jetzt die... Die was? Machen Sie die Überweisung und dann schieben Sie mir die Beleg bei E-Mail, okay? Ich habe da erst mal noch eine Frage. Ja. Wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Wo ist? Der Sitz Ihrer Firma, der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Also, unsere Firma, unser größtes Büro sind in Deutschland, Berlin, Düsseldorfstraße und wir haben Unternehmen in allen Ländern. Das habe ich nicht gefragt. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe... Wer ist das? Die Experten in unserer Firma. Gut, dann geben Sie mir den bitte mal, den Experten. Möchten Sie mit Experten sprechen? Ja, richtig. Steinir Ruskow. Richtig. Okay, warten Sie. Und nun wieder eine längere Wartezeit, in der der Kollege instruiert werden muss, welche Rolle er für den das Opfer spielen soll. Die Wartezeit habe ich wieder herausgeschnitten. Okay, Herr. Die Experte, Herr Steinir ist hier. Ja. Hallo, ein schönes Guten Tag. Ich spreche, ich bin Herr Ruskow. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Ja, hervorragend. Sie sind der Experte, ja? Ganz richtig, ja. Und ich kann bei Ihnen mit Kobold und seltenen Erden handeln? Ja, auf jeden Fall. Ja? Wissen Sie, was seltene Erden sind? Na, auf jeden Fall wissen wir. Ja, was ist es denn? Warum soll ich das zu Ihnen erst mal erklären? Erst mal müssen Sie mich sagen, wer Sie sind. Okay? Sie haben mich doch gerade schon angesprochen. Sie haben mich doch gerade schon angesprochen. Okay, so. Sie haben mit meiner Assistentin gesprochen. Und Sie haben zu Sie gesagt, dass Sie gerne eine Investition machen wollen, ne? Ja, ich möchte gerne eine Investition bei einer legalen Firma machen. Richtig. Legalen Firma? Ja. Sind Sie eine legale Firma? Auf jeden Fall, wir sind eine legale Firma. Wir haben eine Lizenz. Online-Lizenz. Okay, Sie können einfach beim FZH-Register gehen und dann können Sie unsere Lizenz schauen. Wie erfahren Sie denn mit Ihrer Webseite myfaircap.io? Wie lange existiert diese Webseite und arbeiten Sie mit dieser Webseite schon? Okay, also das ist eine neue Webseite, okay? Wir arbeiten mit dieser Webseite seit acht Monaten jetzt. Dann seit acht Monaten. Ganz genau. Und unsere Firma arbeitet seit 14 Jahren in diesem Bereich, okay? Im Online-Handel, Online-Investitionen. Sie können einfach eine neue Seite beim Google öffnen, können Sie über unsere Firma suchen. Ja, dann geben Sie mir bitte mal, Sie sagten, bei der FZH sind Sie registriert. Sie sind doch... Sie müssen selber beim FZH-Register gehen. Ja, genau. Dann geben Sie mir bitte die Regulierungsnummer. Die Regulierungsnummer? Ja. Können Sie einfach beim myfaircap gehen? Nein, nein. Da steht es nicht. Da steht es nicht. Wo steht es denn da? Okay, warten Sie bitte kurz. Ich gebe Ihnen die Nummer. Ja. Warten Sie kurz auf der Leitung, okay? Ja, haben Sie die nicht parat, die Nummer? Ja, habe ich. Okay. Ja, dann sagen Sie bitte. Augenblick. Haben Sie sie alle doch nicht parat? Ja, ich muss das jetzt gerade schauen, okay? Wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben. Ja, ich gebe Ihnen alle Zeit, Herr Selt. So, mein Assisenter-Ring findet das jetzt gerade an. Warten Sie kurz. Okay, die Nummer auf unsere Registrierung, das wir haben mit dem FCR-Register ist 10079956, okay? 56. 56. Also, ich wiederhole, 10079956, richtig? Richtig, ja. Oh, wisst ihr, was ich da finde? Oh, wisst ihr, was ich da finde? Ich kriege eine Meldung. Unfortunately, we didn't find any results matching your search term. Das ist keine Lizenz. Die FCA kennt diese Nummer gar nicht. Auf jeden Fall. Die FCA kennt diese Nummer gar nicht. Nein, kennt sie nicht. Ich bin gerade auf der Webseite der FCA. Warten Sie kurz. Ich schaue das jetzt gerade in mein System. Ja. Augenblick. Jedes Mal, wenn er sagte, warten Sie kurz, kam eine minutenlange Pause. Wie immer habe ich die für euch herausgeschnitten. Warten Sie kurz. Natürlich. Ich sende Ihnen alles durch E-Mail. Warten Sie kurz auf der Leitung. Natürlich, ich warte. Mein Assistent hat Ihnen ins Rade. Lukas hat Ihnen eine E-Mail gesendet. Noch ist keine E-Mail da. Ist Ihre E-Mail, äh, georg.voreita.mailbox.com? Ja, so, jetzt ist eine E-Mail da. Ja, ganz genau. Klicken Sie auf dieses Ding, das meine Assistent hat Ihnen gesendet. Das ist ja nur ein Anhang. Klicken Sie dort bitte und werden Sie schauen, denn, äh, dass unsere Firma ist ja nicht in vierter Firma. Der Anhang öffnet sich gar nicht. Wer öffnet denn nicht gar nicht? Nee. Okay, wollen Sie denn Referenznummer von unserer Firma? Soll ich das geben? Ja, natürlich. Okay, ich ziehe 766642. So, dann gehen wir doch mal. So, Augenblick. So, wie war das? 766642? Das ist 766642. Ja, gut, okay. Dann rufe ich die mal auf. My Fair Capital Limited. Mhm. So, dann schauen wir doch mal. Also, ich weiß, Augenblick, Augenblick. Ich sehe Ihre, Ihre, Ihre Trading-Webseite. Wie, die heißt myfaircap.io. Richtig? Ja. Die, die Namen von unserer Referenznummer ist My Fair Capital Limited. Wo wir sind. Nee, das ist eine andere Firma. Das ist eine andere Firma. Was für eine andere Firma ist das denn? Was meinen Sie jetzt gerade? Wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, dann kann ich Ihnen das auch sagen. Also, die Firma, die Sie genannt haben mit der Lizenznummer, hat eine Trading-Webseite, die heißt myfaircap.io. Ihre Trading-Webseite heißt myfaircap.io. Das ist eine andere Firma. Das ist myfaircap.io. Das ist unsere Firma. Nein, ist es nicht. Das ist eine andere Firma. Was für eine andere Firma ist das? Hey, was schreist du denn so? Was ist los mit dir? Ich schreie aber berat, weil Sie ein alter Mann sind. Du bist ein dummer Betrüger. Du bist ein dummer Betrüger. Mann, 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 du bist ein Betrüger. Du bist ein Betrüger. Woher kennst du mich, Mann? Ich kenne dich. Wir haben schon ganz oft telefoniert. Du bist der dumme Betrüger. Und was machst du für dein Leben, ne? Was machst du für dein Leben? Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen, wenn du zuhörst. Ich stelle Videos auf YouTube online und warne vor Firmen wie dir. Sie können Videos beim YouTube machen. Können Sie Videos, wo Sie wollen, machen. Richtig, mach ich auch. Mach ich auch. Und du bist ein Betrüger. Der dumme Betrüger mal wieder. Fällt schon wieder raus. Aber deine Plattform ist einen Tag alt. und nicht acht Monate. Bist du dumm? Bist du dumm? Ich bin dein Vater, Mann. Ach ja, ja, ja. Die Story hatten wir doch schon mal. Die Story hatten wir doch schon mal. Wie heißt denn meine Mutter? Alter Falter, der lernt es immer noch nicht. Hey, dummer Betrüger, bist du schon am Ende? Manno, wenn ich deinen dummer Betrüger mache, du bist ein dummer Betrüger. Du bist der dumme Betrüger. Du hast es so eben. Du bist der Betrüger. Dadurch, dass du so redest, hast du bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Du hast es gerade bewiesen. Du rast es aus, schreist rum, hast keine Lizenz. Du bist einfach nur ein dummer Betrüger. Gar kein Problem. Dumme Betrüger habe ich ganz oft am Telefon. Da geht man seine Mutter genommen. Ach ja, natürlich. Wie heißt denn meine Mutter? Wie heißt denn meine Mutter? Weiß doch. Ja, was? Sag doch mal. Ich habe meine Mutter hier dabei. Ich spreche nicht mit meiner Mutter. Ja, gut. Dann gib mir mal meine Mutter. Gib mir mal meine Mutter. Gib mir mal. Hallo, du süßes. Hallo, du süßes. Hallo, du süßes. Nee, komisch. Meine Mutter steht neben mir. Wie kann sie da bei dir sein? Oh, Mann, bist du peinlich. Ich lache dich aus. Kannst du eigentlich auch noch was Vernünftiges machen im Leben? Du sitzt in Russland und willst Deutsche betrügen? Alter, wie schlecht bist du denn? Du bist so schlecht. Du sitzt angeblich in Berlin, rufst mit deiner Rufnummer aus Belgien an, hast eine Lizenz, die es gar nicht gibt, die Lizenz einer falschen Firma. Du bist ein Betrüger. Ja, das weiß ich. Ja, richtig. Das bedeutet, dass du ein Betrüger bist. Ja. Ich verdiene Geld damit. Ich verdiene Geld damit, dass ich Betrüger wie dich... Das sage ich dir. Ja, wenn du mal den Mund hältst, dann kann ich dir das gerne sagen. Aber du hältst ja nicht den Mund. Wenn du weiterredest, dann wirst du ja sowieso nichts verstehen, weil du bist ja einerseits dumm und andererseits kannst du gar nicht aufhören zu reden. Wie viel kostet meine Zeit? Deine Zeit ist völlig umsonst, genauso wie dein ganzes Leben völlig... Dein ganzes Leben ist völlig umsonst. Du bist eine nutzlose Kreatur. Der Menschheit würde es besser gehen, wenn du dich umbringst. Genau. Okay, soll ich jetzt gerade weinen? Soll ich das jetzt gerade machen? Nein, ich lache dich aus. Dann kannst du weinen, wie du willst. Das ist mir relativ egal. Du bist ein dummer Betrüger, ja. Aber sowieso, sobald ich das Werte mit dir auflegen, werde ich eine neue Kunde finden und... Ja, natürlich, klar. Okay, dann werde ich Geld verdienen. Ja, natürlich, aber nicht an mir. Aber nicht an mir. Aber nicht an mir. Weil dazu bist du zu dumm. Du bist zu dumm, Leute zu betrügen. Du bist doch gar nicht in der Lage zu betrügen. Du bist doch überhaupt nicht in der Lage. Du bist doch so dämlich und dumm. Es gibt nichts Schlimmeres als dich. Aber was werdest du jetzt gerade machen? Jetzt, ich mache ein Video gerade. Ich mache gerade hier ein Video. Super, okay, super. Ja, und damit verdiene ich mein Geld. Ja, such doch mal. Such doch mal. Such wie? Call Center Fun ist mein Kanal. Wie, wie? Call Center Fun. Musch da biegen werden. Nee, ach du, du kannst nicht mal schreiben. Oh Gott, oh Gott, du bist ja ganz dumm. Ich sage es nochmal, Call Center Fun. Hast du wieder nicht verstanden, ne? Du kannst ja auch nicht hören. Mein Gott, bist du dämlich. Du bist so dämlich. Wie denn? Du hast doch gar keinen Schwanz. Wen willst du denn ficken? Du hast doch gar keinen Schwanz. Du bist doch eine Schwule. Du bist doch eine Schwule. Du bist schwule. Du bist schwule. Du bist schwule. Du bist doch schwule. Du bist doch schwule. Aber ich gebe euch eine Frage mit deiner Mutter, damit ich meine Mutter kriege. Ja, ja, natürlich. Ja, wie heißt denn meine Mutter? Ich werde ein YouTube-Video mit deiner Mutter machen. Ja, klar, mach mal. Mach mal. Genau, mach mal. Mach mal. Tschüss dich. Mach mal. Ja, so, und jetzt kannst du auflegen. Hat er nicht eindrucksvoll bewiesen, welch Geisteskind er ist? Sicherlich sind das biologisch gesehen auch Menschen. Aber ich vertrete inzwischen die Meinung, dass nicht jeder Mensch für die Menschheit als Gemeinschaft gleichwertig ist. Manchmal wünsche ich mir, dass man solche Verbrecher wie damals England auf eine Insel wie damals Australien sperrt und sich selbst überlässt. Ich habe dieses Callcenter ja geografisch Russland zugeordnet, würde die aber jetzt in Albanien verorten. Die Sprache war albanisch, wie mir ein Albaner gesagt hat. Wie dem auch sei, dieses Video ist nun vorbei und ich danke euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter Krascher Inzwischen scheinen die Betrüger schon so verzweifelt zu sein, dass die jeden Datensatz anrufen, den sie in die Finger bekommen. So auch diesmal. Ich hatte das Video mit Mayfair Cup schon geschnitten, gerendert und hochgeladen. Und dann riefen die mich doch tatsächlich nochmal an auf einen Namen, mit dem ich mich nie bei denen angemeldet hatte. Diesen neuen Erstanruf hört ihr jetzt. Hallo. Hallo, Steffen. Ja. Ja, Sie haben mir gesagt, ich will 10 Minuten. Ja, ist richtig. Okay, haben Sie, Sie sagen mir, dass Sie haben Interesse. So, bitte nicht verlieren meine Zeit. Haben Sie richtig Interesse oder nicht? Jo, sicher. So, bitte nicht passieren mit mir. Nicht passieren mit mir, bitte. Weil ich habe keine Zeit, ich bin... Ja, kommen Sie doch endlich zum Thema, ne? Wie bitte? Wie, wenn Sie keine Zeit haben, warum rufen Sie denn dann an? Ja, nein, nein, ich habe Ihnen gesagt, ich habe Zeit. Ja, gut. Ich bitte nicht passieren mit mir, okay? Weil ich bin krank. Okay, so. Nicht passieren mit mir. Haben Sie Interesse, ob... Kann ich am Montag anrufen und später mehr? Nee, Montag muss ich auf den Acker. Sie haben keine Zeit am Montag? Ja, ich muss auf den Acker. Ich bin Bauer. Und wann haben Sie Zeit, rufen Sie sich nochmal? Jetzt habe ich Zeit. Jetzt, Montag, haben Sie nicht Zeit? Nee, Montag bin ich auf den Acker. Montag, äh... Dienstag, Donnerstag? Jo, ich bin... Ich bin Bauer. Dann bin ich immer auf dem Acker und bei den Viechern. Ja, Herr Hall, aber wissen Sie, was für ein Trading ist? Haben Sie über dieses Thema, äh, gehört, gelesen? Nee, gehört, gelesen habe ich nicht. Ich habe mich nur angemeldet, weil ich brauche Geld für einen neuen Trecker. Und deswegen wollte ich mir irgendwie... Hat aufgelegt, die Alten. Sie, warte, sie ist noch dran. Also, ich rufe nochmal an. Ich hole sie dazu. Okay. Ja, Herr Hall, warum legst du sie auf? Ich habe nicht aufgelegt. Okay, also, haben Sie... Haben Sie über dieses Thema gehört? Wissen Sie, was für ein Trading ist? Nee, weiß ich nicht. Ich habe nur... Ich war auf der... So, ein Trading... Ja, ich war auf der Suche, ich brauche Geld für einen neuen Trecker. Mein Trecker ist kaputt. Ich brauche einen neuen Trecker. Deswegen habe ich ein bisschen geguckt im Internet, ne? Dieses Internets. Und da habe ich gesehen, da kann man Geld verdienen. Aha, aha. Wissen Sie, was ist Bitcoin, T-Series, Amazon? Nee. Wissen Sie nicht? Nee. So, Online-Trade, Digital-Investitionen. Wo Sie haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Finanzstunden zu investieren, Herr? Ja, dann mal los. Entschuldigung. Ja, dann mal los. Okay, halt. Aber jetzt... Jetzt, ich habe keine Zeit, so kann ich auf einen Montag, bitte. Das habe ich Ihnen doch gerade schon gesagt. Montag und Dienstag bin ich auf dem Acker. Ich muss die Felder bestellen. Oh, am Freitag, am Geertag, am Donnerstag. Das weiß ich nicht. Ich bin Bauer, ich habe viel zu tun. Ich bin viel auf dem Felde. Alle die Woche? Alle die Woche? Das weiß ich nicht. Das kommt bei uns immer auf das Wetter an. Wenn das Wetter gut ist und nicht regnet, dann muss ich aufs Feld. Okay. Aber möchten Sie investieren in unsere Firma, die Minimalbetrag, die 250 Euro? Sie können investieren in Bitcoin, Tesla, Amazon, etc. Und dann brach Ihre Leitung ab. Ihr habt nun gehört, dass sie quasi darum gebettelt hat, keinen Spaß mit ihr zu machen und nicht ihre Zeit zu verschwenden. Einer solchen Bitte entsprechen wir natürlich gegenteilig und nehmen sie nochmal aufs Korn. Und tatsächlich hat sie nochmal angerufen. Diese Gespräche brachen dauernd ab, weil die aus ihrem Land keine stabile Internetleitung haben. Natürlich sitzen die nicht in Berlin, sondern haben mit vielen verschiedenen gespooften Telefonnummern aus vielen verschiedenen Ländern angerufen. Mit dabei war mein Kollege Beto Ingi, den ihr zwischendurch hört. Nun hört ihr die chaotischen Anrufe. Viel Spaß dabei. Bei die langen Wartezeiten, wenn sie sagte, warten Sie kurz, habe ich für euch natürlich herausgeschnitten. Jo, moin. Hallo, Stefan. Wer ist denn da? Ja, mein Name ist Lisa Bremmer und ich bin ausberatet im Online-Handel und wir haben einen Termin über Online-Trading. Erinnern Sie? Wann hatten wir denn den? Online-Trading, Online-Investitionen. Wir haben einen Termin heute. Heute? Nö, in meinem Kalender steht nichts drin. Wann hat wer denn telefoniert? Wann haben Sie, erinnern Sie mich nicht, wann... Wann hatten wir denn telefoniert? Ich habe vor zwei Tagen telefoniert Ihnen. Ja, aber einen festen Termin... Aber ich habe Ihnen angerufen, dass Sie nicht antworten haben. Ja, aber einen festen Termin haben wir nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, Sie können ja Montag oder Dienstag anrufen und heute ist Mittwoch, heute ist Feiertag. Ja, ich weiß, das ist einfach damit, weil das ist... Aber das ist ja wichtig, also... Ja, und dann erzählen Sie mal, was ist denn so wichtig? So, über Online-Trading, Online-Investitionen haben. Haben Sie Erfahrung? Oder wissen Sie, was Online-Trading ist? Nicht so richtig, nee. Nee, Sie haben... Haben Sie für den Investieren oder nicht? Nee. Okay, so das ist das erste Mal für Ihnen. Jo. Okay, hol. So, haben Sie Informationen über dieses Thema? Was für... Nee, Sie haben mir doch gar keine Informationen gegeben. Okay, kein Problem, ich bin hier einfach ein paar Informationen, doch Online-Trading ist Online-Investitionen, wo Sie haben, die Möglichkeit, mit verschiedenen Finanzen zu investieren. Zum Beispiel, zum Beispiel, äh, Bitcoin, Tesla, Amazon, E-Series, und so, und aber erst mal, Sie müssen ein Konto eröffnen, wo Sie keinen erlauben, und, äh, wie viel Geld haben Sie investiert, wie viele Profite haben Sie gemacht, die Bonus, lassen Sie sich eröffnen, und wir geben, wie, äh, Entschuldigung, wie einen Willkommensbonus, und dann, Sie haben eine proper Zeit, für zwei Wochen, wo Sie kann unsere Filme testieren, und sehen, äh, haben Sie mehr Profite gemacht, und dafür, zwei Wochen, Sie haben die Möglichkeit, eine Austeilung zu machen, und, äh, in unseren Filmen, die, die, äh, die, die, die kleine Betragung, also die minimalen Betragung, für mich, gerne, ist, weiß nur, und weg ist sie. Die wird gleich noch, sie wird gleich nochmal anrufen, ich lass weiterlaufen. Ja. Äh, komm, startet doch mal euer Skype, da kann ich euch dazu holen, sie ist wieder da. Weiter geht's. Ja? Ja, was ist denn los? Ja, was? Warum haben Sie denn aufgelegt? Nein, nein, Sie haben aufgelegt. Nee, ich habe nicht aufgelegt. Ah, okay, Entschuldigung, ja, ist eine schlechte Verbindung. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich rufen Ihnen, von Deutschland, aber das ist eine Zentralnummer, eine Computernummer. Ja, und wo, wo, wo in Deutschland sind Sie? Okay, wir sind, wir sind in unserem Kostübüro, wir sind in Deutschland. Bitte was? Berlin. Ich hab das leider nicht verstanden. Berlin. Berlin? Berlin? Ja, unser größtes Büro, wir sind in Deutschland, Berlin, Düsseldorfstraße, Nürnfeld. Okay? Ja. So, ich hab Ihnen gesagt, haben Sie mir verstanden, was ich hab Ihnen gesagt Ihnen? Schlecht, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch, aber wie funktioniert denn das nun? Wie kann ich denn bei Ihnen theoretisch Geld verdienen? Äh, Sie möchten die Stimme bei unseren Filmen? Nee, ich habe gefragt, wie das bei Ihnen funktioniert und wie man da Geld verdienen kann. Ich brauch doch einen neuen Trecker. Ja, Sie können, ja, ja. Ja, ja. Ich hab Ihnen gesagt, dass, äh, Sie haben, äh, erst mal, Sie öffnen ein Konto, wir sehen, wie viel Geld haben Sie, wie viel Geld haben Sie gemacht, wie viel Profite haben Sie. Ja, wenn ich ein Konto habe, dann hab ich ja noch kein Geld gemacht, oder? Nein, 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 wir sehen, wie, äh, erst mal, wir öffnen ein Konto, wo Sie klar haben, Sie haben die Möglichkeit ein Login. Nein, 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 Sie haben die Möglichkeit ein Login und sehen, wie, äh, Sie, äh, wie viel Geld haben Sie bestätigt, wie viel, wo, wie. Ui, 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 und schon wieder Leitung, ich lass weiterlaufen. Das wird anstrengend. Nein, da ist sie wieder, jetzt diesmal aus, äh, aus England. Achtung. Warum legen Sie denn immer auf? Eine schliche Beldenung, ich weiß es nicht, ich weiß. Ja, aber Sie rufen doch, Sie rufen doch aus Berlin an, haben Sie gesagt. Ja, aber ich hab Ihnen gesagt, dass es eine Zehnzahlnummer. Eine was? Eine Computernummer. Eine Zehnzahlnummer. Eine Computernummer? Dann haben Sie aber einen ganz schlechten Computer, ne? Nein, hör, eine schliche Beldenung, Entschuldigung. Doch, ich hab Ihnen gesagt, dass Sie können die Konto eröffnen, Sie können sehr viel Geld haben, Sie investieren, wie viel Profit haben Sie gemacht und die Bonus, das Sie selber geben, äh, die Bonus. Alter Falter. Da sind wieder viele am, am, mal gucken, ob sie es nochmal versucht. Ja, bei allem die Zentrallnummer war los. Da ist sie. Achtung, weiter geht's. Also mit Ihrem Computer stimmt was nicht, ne? Dauert ist die Leitung weg. Was soll denn so was? Herr, bitte nicht auflegen, Mensch. Ich habe nicht aufgelegt. Ihr Computer ist kaputt. Dauert ist es, ist die Internet... Nein, nein, mein Computer ist nicht... Nee, warum ist denn, warum ist denn, dann dauert die Leitung weg? Okay, Herr, haben Sie richtig Interesse oder nicht? Ich bitte nicht verlieren meine Zeit. Ja, natürlich, aber wenn sie dauert, auflegen... Okay, Herr, wenn Sie haben Interesse, so. Können Sie, ich habe Ihnen gesagt, Sie können investieren in welche Plattform Sie möchten. Sie, äh, Sie bekommen einen Experten und die Minimalbetragung war 100... Alter, Falter, und schon wieder weg. Mal gucken, ob sie es nochmal versucht. Ja, ist sie. Weiter geht's. Also, das liegt nicht an meiner Leitung. Ich lege nicht auf. Sie können auch nicht mal gerade... Aber Sie haben auch 100 Mal aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Ich habe mit einer Leitung gesprochen und sie ist... Ja, aber ich habe nicht aufgelegt. Ich weiß nicht, was Sie sollen. Ihr Handy ist kaputt. Ich habe gar kein Handy. Sag mal, Sie verstehen gar nicht. Hört ihr doch mal zu. Ich telefoniere über eine Festnetzrufnummer. Da ist kein Handy. Haben Sie Ihr Handy oder was? Nein. Mit was sprechen Sie? Festnetztelefon. Landline. Okay, also, Ihr Handy ist kaputt. Nein, ich habe gar kein Handy. Festnetztelefon. Ja, dieses Telefon ist kaputt. Nein, ist es nicht. Es funktioniert hervorragend. Das liegt an Ihrer Leiter, an Ihrem Computer. Okay, okay, meine Computer. Richtig. Okay, halt. So, kann ich mal in eine Verbindung mit einem Programm, wo ich kann, unsere Plattform schauen? Und dann will man die Positionen. Ja, sagen Sie mir doch erst mal, welches Ihre Plattform ist. Ja. Ja, sagen Sie. Die Plattform ist MyFairCup. So, machen Sie eine Verbindung, wo Sie kann unsere Plattform schauen. Das kann ich doch auch. Da brauche ich ja noch keine Verbindung. Das kann ich doch auch so aufrufen. MyFairCup. Buchstabieren Sie mir dann mal. MyFairCup, haben Sie gesagt? Ja. MyFairCup. Ja, Augenblick. A. A wie Anton. Augenblick. So. M. Wie Mutter. A. Wie Anton. Und weiter? Y. Ah, dann heißt es MyFairCup und nicht MyFairCup. Ja. Ja, MyFairCup. Dot I. Cup? Ja, MyFairCup. Konrad, Anton, Paula, Paula. CDU. CDU. MyFairCup. Nein, MyFairCup. C wie CDU. Ja. Und weiter? Und weiter? MyFairCup. Ja, und die Domainendung? .de, .com? I. Aha. Okay, gut. Und I. Gut, okay. Haben Sie in Google? Nee, nein. Und wo? Ja, ich bin direkt auf Ihre Seite gegangen. Ja, okay, in Google. Wo kannst Sie in meine Seite? Nein, nein, ich bin nicht mit Google gesucht. Ich habe Ihre Seite direkt aufgerufen. Meine Seite, was haben Sie in meiner Seite? Direkt aufgerufen. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht und versteht? Okay, aber wo haben Sie die Plattform gesucht? In Google, in Firefox oder? Ja, in meinem Browser, richtig. Okay, in Ihrem Browser. Ist diese Browser Google, Firefox oder? Ja, das ist ein Firefox, ja. Okay, haben Sie gesehen in der Plattform? Ja, sehe ich gerade. Und was sehen Sie? Ja, Ihre Plattform. Oh, Ihre Plattform. Und sagst du mir, was sehen Sie, wo ich kann Ihnen helfen? Ja, ich sehe alles. Wie alles? Ich sehe Ihre Plattform. Soll ich Ihnen Ihre Plattform vorlesen? Oder haben Sie... Ja, weil haben Sie die nicht in der Plattform gesehen? So sagen Sie mir. Ja, habe ich, richtig. So wie Sie es diktiert haben. Mayfaircap.io Ja. Ja. Die Farbe? Was? Die Farbe von was? Ja, die Farbe von unserer Firma. Was für Farbe? Ich weiß nicht, welche Farbe Ihre Firma hat, aber die Webseite ist weiß mit orange. Weiß mit orange. Okay. Ach, jetzt glauben Sie mir auf einmal. Ja, ja. So, gut. Können Sie bitte bei Open Account gehen? Warum ich möchte... Wenn Sie einen Open Account, so kann ich nur sehr viel mal registrieren und dann wir machen die Investitionen. Ja, und? Ja, ich möchte doch erstmal ein bisschen mehr wissen über Ihre Firma. Warum soll ich einen Account eröffnen? Ja, ich möchte sehen, sehen. Warum... 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 Hallo! Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Okay. Okay. So, haben Sie unsere Firma gesehen? Ich sehe es, ja. Richtig. Okay. Sie haben About Us und Sie haben Englisch, wo Sie können in Deutsch machen? Ja, natürlich. Okay. Sie können mal in Deutsch, wenn Sie möchten. Sie haben Trading Room und Sie können sehen, alle Kryptos und alle die Stock. Das wird anstrengend. Ich lasse weiterlaufen. Und da ist sie wieder. Ja? Ja? Warum legen Sie denn jetzt auf? Ich habe Ihnen gesagt, eine schlechte Verbindung, aber ich habe nicht aufgelegt. Entschuldigung. Ja, ich habe auch nicht aufgelegt. Sie wissen, dass es ja... Sie haben aufgelegt. Sie haben doch selber gesagt, dass es eine schlechte Verbindung ist. Wieso soll ich dann auflegen? Okay. Okay. So, was sehen Sie? Das habe ich Ihnen doch gerade schon mal erklärt. Muss ich Ihnen Ihre eigene Webseite zeigen? Okay. Was kann ich Ihnen zeigen? Können Sie bei Trading Room gehen? Nee, ich möchte erst mal wissen, was kann ich bei Ihrer Firma denn verdienen, wenn ich mir einen neuen Trecker kaufen will? Ja, in unserer Firma Sie kann verdienen. Sie haben... Ja, wie viel denn? Aber haben Sie mich nicht erklärt Ihnen? So, in unserer Firma Sie kann verdienen, aber erst mal starten Sie... Alter Falter. Ist das anstrengend. Ja. Eine Firma 300.000 Anrufe. Jetzt ist wieder da, weiter geht's. Das ist eine sehr schlechte Verbindung bei Ihnen. Entschuldigung, Herr. So, ich kann Ihnen sagen, wie viel Geld Sie verdienen. Ich kann Ihnen richtig das sagen. Ja, dann sagen Sie mal. Sie investieren, Sie investieren, Sie investieren, Sie investieren, Sie investieren in andere, in andere, in andere Finanzenstrumenten und sehen, wie viel Geld. Ja, ich frage gerade, wie viel kann ich verdienen, Sie investieren, Sie investieren, Sie investieren in 250 Euro und Sie kann, auch für zwei Wochen, Sie kann 200 Euro, 200 Euro oder 100 Euro verdienen. Ja, das hört sich doch gut an. Das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen, weil Sie müssen mit einem Experten arbeiten und Sie arbeiten zwei Wochen und Sie bekommen mehr Informationen, wenn Sie sprechen mit einem Experten. Ja, dann geben Sie mir doch mal den Experten. Okay, ich kann Ihnen mit dem Experten sprechen weiter. Ja. Weiter, ja, wenn Sie machen die Decision in our Firma, machen Sie... Bitte was? Versuchen Sie doch mal Deutsch zu sprechen. Ich verstehe Sie gar nicht. Erstmal, erstmal, Sie müssen die Konten eröffnen. Sie sehen unsere Plattform, machen eine Decision, machen Sie den Betrag und dann, Sie haben einen Experten, der Ihnen helfen kann, mehr Geld zu verdienen. Okay? Ja. Und wie geht das nun? Aber Sie... Erstmal, ich habe eine Frage, haben Sie... Benutzen Sie Kreditkarten, Mastercard? Nee, habe ich nicht. Keine Kreditkarten, keine Mastercard, ja? Nee. Die Online-Banking, haben Sie in Ihrem Handy? Nee, ich habe kein Handy. Ich habe Online-Banking auf dem Computer. Sie haben Online-Banking auf dem Computer. Welche Bank benutzen Sie? Ich habe verschiedene Banken. Ja, ja, aber verschiedene Banken sind Sie eine Kunde? Verschiedene Banken, sagte ich gerade. Verschiedene. Sagst du mir einen Namen? Ja, zum Beispiel die Noris-Bank, die Targo-Bank, die Volksbank, die Deutsche Bank und die Sparkasse. Okay, Sie haben viele Banken. Was arbeiten Sie? Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ich bin... Ich bin Bauer. Bauer? Ja. Aha. Bauer. Okay, Herr, und wie alt sind Sie? Ich bin 57. Sieben und... Fünfzig. Fünfzig. Sieben und fünfzig. Okay. So, äh, können wir machen eine Verbindung mit AnyDesk, was ich kann, äh... Nö. Warum, Einhard? Warum sollte ich das machen? Ich sehe Ihre Webseite, warum sollte ich AnyDesk machen? Ja, weil ich kann Ihnen helfen. Bei was denn? Die Diskussion in our... Oh, das kann ich sicherlich schon selber. Mal, okay. Und wie können Sie mal selber die Investitionen, die Betrag? Kann Sie mal selber den Betrag? Bitte was? Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was Sie sagen. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Aha. Wenn Sie investieren in Ihre Firma, Sie haben einen Betrag von 200,50 Euro. Ja. Ja. Können Sie, wie wir das machen, diesen Betrag? Was diesen Betrag machen? Was machen mit diesem Betrag? Können Sie mal diese... Oh, meine Gott. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Nein, wir machen eine... Wir machen eine... Wir wollen Ihnen das, weil Sie nicht helfen. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay, hören Sie mich. Okay, hören Sie mich. Ich kann Ihnen helfen, die die Investition in our Firma machen. Und dann helfen Ihnen, machen die... Wie wollen Sie mir denn helfen? Sie können ja nicht mal Deutsch sprechen. Wenn ich bei Ihnen einzahlen soll, per Überweisung, dann müssen Sie mir die Bankdaten schicken. Dann kann ich überweisen. Okay. Okay, Harry. Ja, sprechen mit dem Expressen. Hallo. Hallo. Hallo, schon guten Tag. Ja, Pesta. Ich bin Lena, Lena Meier. Ja? Hallo, sehr. Wie geht es Ihnen? Bis eben ging es gut, ja. Okay, freut mich sehr. So, ähm, wir haben Ihnen angerufen, wegen der Anmeldung, dass Sie haben früher gemacht mit Onlinehandeln, Onlineinvestitionen. Ist das richtig? Das hat Ihre Kollegin alles schon gesagt. Ja. Und wir müssen mit Ihnen kurz sprechen über unsere Plattform. Ich sehe Ihre Plattform. Ich sehe Ihre Plattform. Okay. So, wir müssen zusammen kurz sprechen über Onlinehandeln, so Sie wissen besser, wie Onlinehandeln funktioniert und alles rund am Ende. Ich weiß, wie Onlinehandeln funktioniert. Okay. Okay. So, wenn Sie die Anmeldung gemacht haben, das bedeutet, dass Sie haben Interesse, eine Investition zu anfangen, ja? Richtig. Okay. So, ähm, weil Sie haben alle Informationen, haben Sie auch unsere Firma gesehen, alle Informationen dort gelesen, dann machen wir weiter mit der anderen Prozedur. Ja. Ihr Onlinehandelnkonto zu aktivieren, ja? Richtig. Und dazu brauche ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, muss ich eine Überweisung machen. Richtig? Ähm, warum eine Überweisung? Benutzen Sie nicht eine Kreditkarte? Das hatte ich Ihrer Kollegin schon gesagt. Ich habe keine Kreditkarte. Haben Sie keine Kreditkarte? Okay, mit welcher Summe wollen Sie die Investition anfangen? Ja, ich hatte so gedacht, ähm, 750 Euro. Nochmal? Äh, verstehen Sie auch kein Deutsch? Ich hatte an 750 Euro gedacht. Sieben? Okay. Siebenhundertfünfzig. Ja, habe ich verstanden. So, zuerst Sie müssen ein Onlinehandelskonto öffnen. Ja, und wie mache ich das? Sie machen das durch einen Laptop oder mit Ihrem Handy. Ich sage Ihnen und Sie machen es. Ja, dazu, so wie Ihre Kollegin erklärt hat, muss ich doch ein, äh, das Konto eröffnen, indem ich Geld an Ihre Firma überweise. Ist das richtig? Sie überwiesen nicht das Geld bei unserer Plattform. Sie überwiesen das Geld in Ihren Onlinehandelskontos und Sie können mit der Investition weitermachen. Ja, aber dieses Konto liegt auf Ihrer Plattform, richtig? Ja, das ist unsere Plattform. Gut, gut. Weil, äh, Sie machen die Investitionen mit einem Finanzexpert und dann, wie werden unsere Provisionen von Ihren Investitionen? Ja, gut, aber, äh, das haben wir jetzt alle schon durchgekaut. Ich muss also eine Überweisung machen. Und um eine Überweisung zu machen, brauche ich Bankdaten. Sie, äh, wir können es mit einem Exchanger. Was, bitte was? Durch einen Exchanger, wir können, einen Exchanger. Was ist das? Wozu brauche ich? Können wir dort, äh, Ihr Geld umtauschen von Euro in Bitcoin. Das können Sie ja dann machen, wenn ich Euro überwiesen habe. Das ist, äh, nicht so. Doch, doch. Ich habe Ihnen gesagt, wir müssen zusammen ein, äh, Konto öffnen zuerst, so Sie können dort die Geld überwiesen, nicht, äh, in andere Bankinstituts. Nee, also, äh, ich überweise keine Bitcoin. Ich habe keine Bitcoin und ich tausche auch keine Bitcoin. Ich überweise mit Euro. Ich möchte nämlich gerne mit Aktien handeln. Da brauche ich kein Bitcoin. Mit was wollen Sie, in welches Finanzinstrument müssen Sie investieren? Habe ich doch schon gesagt. Aktien, Coop, Aktien, lass mich bitte ausreden. Aktien in Kobold und in seltener Erden. Okay. Ja, habe ich verstanden. Gut. Dann, ich denke, dass Sie können es erst Zeit machen, in Ihrer Bank, ja? Ja, ich kann es überweisen. Natürlich, dazu brauche ich aber Bankdaten. Okay, Moment. Hallo? Ja, ja, Moment. Wieso? Hallo. Ja, ja, äh, ich schicke die Bankdaten bei mir und dann, wenn Sie mal die Überweisung schicken mir die Beleg, okay? An welche E-Mail-Adresse schicken Sie das? Äh, ich schicke die E-Mail-Adresse Gireton. Bitte was? Was? Ist Ihre E-Mail-Greteron? Was? Nee. Was? Wie ist Ihre E-Mail? Lese nochmal vor. Wie soll meine E-Mail-Adresse sein? Wie ist Ihre E-Mail, Herr? Ich frage Sie. Welche E-Mail-Adresse haben Sie da von mir? Ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Sie wissen nicht Ihre E-Mail-Adresse. Okay, ich mache eine, okay, Entschuldigung, das ist die falsche E-Mail. Können Sie mir geben die richtige E-Mail? Ja. Steffen, 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 der Bauer, at Mailbox.org. Steffen, dort? Nein, Steffen, der Bauer, at Mailbox.org. Steffen, das Bauer? Steffen, der Bauer. Soll ich es buchstabieren? Ja, da. Soll ich es buchstabieren? Ja. Siegfried, Theodor, Emil, Friedrich, Friedrich, Emil, Nordpol, Dora, Emil, Richard, Bertha, Anton, Ulrich, Emil, Richard, Ed, Martha, Anton, Ida, Ludwig, Bertha, Omega, Xantippe, Punkt, Otto, Richard, Gustav. Oh mein Gott, ich habe es nicht verstanden. Ja, das kann ich mir vorstellen, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Bis wohin haben Sie es denn verstanden? Hey, was ist es? Okay, nochmal, sag mir, Emil. Wieder nochmal buchstabieren? Nein, nein, sag mir, Emil. Steffen? Der Bauer? Ba-u-e? Der Bauer? Der Bauer? Steffen, der Bauer? At Mailbox.org. Okay, der Bauer? At... At... Mailbox.org. Mail... Mailbox.org. O-R-G. Wo? O-R-G. Ah, okay. O-R-G. So, Ihre Mail ist steffenderbauer.org. At... Mailbox.org. Ja? Ja, genau. Okay, so, warten Sie. Ich schicke die Bankdaten bei E-Mail und wenn Sie machen die Überweisung, schicken wir bei E-Mail die Beleg und dann wir sprechen lassen einen Termin mit dem Experten, okay? Gut, ich warte jetzt erstmal, bis die E-Mail ankommt. Und so, wie Sie es buchstabiert haben, warte ich mal, bis die E-Mail ankommt. Okay, mein Name ist Isabel, wenn Sie sehen, ich schicke die E-Mail und dann, wenn Sie schicken die E-Mail, ich schicke Ihnen nochmal, okay? Ne, ich möchte jetzt warten, bis die E-Mail da ist, weil ich fürchte mich, dass Sie meinen E-Mail... Okay, warten Sie. Ja, genau, ich warte. Hallo. Warten Sie. Worauf denn? Dauert das so lange? Warten Sie, ich schicke die E-Mail, ich kann Ihnen schnell machen. Warten Sie, einen Moment. Dauert das so lange, eine E-Mail zu schicken? Nein, aber warte, Sie. Ja. Was, ja? Ich habe, ja, ich... Ja, das ist nicht Ihre E-Mail. Doch, Sie haben sie nur falsch geschrieben. Buchstabieren Sie mal. Buchstabieren Sie mal. E ist, T, E, F. Was, bitte? Deutsche Buchstaben, bitte. E ist, wie Siegfried. T. Theodor. E, wie Emily. F, das Flagge. E, wie Emily. Nein, zweimal F wie Flagge. Zweimal. Steffen. Zweimal, zweimal F. Ja. Hatte ich aber auch wuchstabiert, so. Haben Sie falsch aufgeschrieben. Okay, Entschuldigung. Zweimal F. Okay, ja, warten Sie, ich kann Ihnen nochmal. Ja. Ja. Ja, sehen Sie bei Ihrem E-Mail? Nein, ist doch keine E-Mail da. Okay, warten Sie. Okay. Ja, warte, ja. Ja, warte, äh, ja. Ah, ja. Haben Sie? Ah, okay. So, wenn Sie machen, schicken Sie mir die Beleg. Ja, wieso? Äh, da steht ja gar nichts drin, irgendwie. Aber Sie machen mit, äh, Banküberweisung, schicken Sie mir die Beleg. Ja, aber da steht ja gar nicht, da steht, da steht kein Betrag drin, da steht kein Empfänger drin. Welche Bank ist das denn? Ja, sie haben die Empfänger. Ja, sie haben die Empfänger. Welche Bank ist das denn? Welche Bank ist das denn? Sie haben die Empfänger. Ja, und welche Bank ist das? Und welche Bank ist das? Ja, und welche Bank ist das? Wie, welche Bank ist das? Welche Bank ist das? Wie, welche Bank ist das? Ganz klare Frage. Welche Bank? Ja, und welche Bank ist das? Ist das die Sparkasse? Welche Bank ist das? Na ja, das ist Sparkasse. Entschuldigung, das ist Sparkasse? Ja. Das kann ich ja überprüfen, kein Problem. Okay, das ist Sparkasse, Sie haben die Empfänger, wenn Sie möchten, die Überweisung machen, dann schicken Sie mir die Belegung. Und ich hoffe, Ihnen wollen eine Zwischenminute. Na, Zwischenminute, okay? Also, ich habe noch ein paar Fragen. Wo sitzt denn Ihr Unternehmen überhaupt? Sie haben gesagt, das ist ein deutsches Unternehmen, Sie sitzen in Berlin oder so, ne? Ja. Ja, aber Sie sprechen so schlecht Deutsch, ich bezweifle, dass Sie in Berlin sind. Gut. Sind Sie denn auch bei der BaFin? Kann ich sprechen? Nein, erstmal rede ich. Sie haben gesagt, Sie sitzen in Berlin, da müssen Sie als deutsches Unternehmen ja auch bei der BaFin reguliert sein. Ja. Sind Sie bei der BaFin reguliert? Kann ich sprechen? Ja. Äh, ich bin von Deutschland, meine Vater ist von Deutschland und meine Mutter ist von den USA und ich habe in Deutschland geboren, aber ich habe in den USA leben. Das habe ich nicht gefragt. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe Sie gefragt, Sie sind ein deutsches Unternehmen, das heißt Sie müssen bei der BaFin reguliert werden, richtig? Ja, ich habe die Lizenz. Ja, gut. Bei der BaFin. Ja. Dann geben Sie mir bitte mal die BaFin Lizenznummer. Die Lizenznummer möchten Sie. Ja. Richtig. Ja. Die Lizenznummer. Ich kann geben Sie. Ja. Kann ich schicken bei E-Mail die Lizenznummer? Nein, können Sie einfach sagen. Können Sie einfach sagen. Ja, jetzt. Sie schicken bei E-Mail. Nein, sollen Sie einfach sagen. Okay. Von mir aus schicken Sie sie auch, ist mir egal. Eins. Eins. Warte. Augenblick, Augenblick. Ich muss erstmal gucken hier. Sie können gehen bei E-Mail unsere Filmernummer. So. Was sagen Sie? Oh mein Gott. Sie haben gesagt bei der BaFin? Können Sie bitte gehen bei die Regulare? Warten Sie. Ja, wo denn? Wo denn? Wo denn? Hallo. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Was schreien Sie denn so rum? So. Halb. Sie können bei PCA-Register unsere... Bitte wo? PCA. Was ist... Register... Wo ist das? Financial Contract Register. Das ist ja... Das ist ja... Das ist... Das ist ja nicht die BaFin. Sie sind ein deutsches Unternehmen. Ja, ja. Lassen Sie mich bitte ausreden. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ja. Also mal ruhig sein. Ja. Sie haben gesagt, Sie sind ein deutsches Unternehmen. Dann müssen Sie bei der BaFin reguliert werden. Sie sind nicht bei der BaFin reguliert, dann sind Sie kein deutsches Unternehmen. Richtig? Nein. Nein. Ja, dann... Wo sind... Wo sind Sie reguliert? Bei PCA. Financial Conduct Authority. Ach, bei der FCA. Ja. Ja. So, dann müssen Sie... Weil... Sie sind... Ich weiß nicht, was kann ich sagen Ihnen. Ja, Sie sprechen... Sie sprechen... Sie sprechen halt sehr schlecht Deutsch. So, dann geben Sie mir bitte mal die... Registriernummer bei der FCA. Ja. 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 Eins. Noch eins, ja. Null, Null. Null, Null. 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 Ja. Zwei mal Null. Eins. Null, Null. Sieben. Neun, Neun, Fünf. Augenblick. Eins, eins. Null, Null. Eins, Null. 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 Sieben, Neun. Sieben, Neun. Neun, Fünf. Sechs. Sechs. Ja. Ja. Ja, gut. Dann suchen wir doch mal. Ja, sehen Sie. Nein, nein, das heißt nicht PCA, das heißt FCA, Financial Conduct Authority. Sie sprechen sehr schlecht Englisch. Aber ich habe es gerade eingegeben. Wissen Sie, was da steht? Unfortunately, we didn't find any results matching your search term. Reden Sie nicht dauernd dazwischen. Schicken Sie mir doch die Lizenz mal. Schicken Sie mir das einfach per E-Mail. Okay, ich schicken bei mir. Ich habe Ihnen die Bank. Das ist geschickt. Ich schicken Ihnen. Und da müssen Sie mal die Investitionen machen. Wenn ich die Lizenz habe, dann mache ich das. Natürlich. Dazu brauche ich nur die Lizenz. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Okay. Ich rufe Ihnen um 20 Minuten. Nein, nein, nein. Ich warte jetzt hier direkt. Ich warte an der Leitung. Okay, warten Sie. Dauert das wieder so lange? Warten Sie. Sie sind aber äußerst freundlich. Warten Sie einen Moment bitte. Ja, ich warte. Ich weiß auch schon, was kommt. Ja, ich habe Ihnen die Linke geschickt. Ja, ein Link. Ich sehe, ich habe noch keine E-Mail. Ich habe noch nichts gesehen. Ein Link. Sie sehen. Nein, ist noch keiner angekommen. Ja, einen Moment. Ja, jetzt. Haben Sie gesehen? Das ist aber eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Nummer, sagte ich gerade. Haben Sie die Nummer falsch geschrieben? Nein, Sie haben sie buchstabiert. Okay, ich habe sie buchstabiert. Sie machen alles gut. Okay. Genau. Okay, Sie haben gesehen. So, ich bin 15 Minuten. Nee, nee. Brauchen Sie, glaube ich nicht. Brauchen Sie, glaube ich nicht. Weil ich sehe... Brauchen Sie diese Mann, ja oder nein? Ich glaube, Sie brauchen mich in 15 Minuten nicht mehr anrufen, weil ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind. Okay, okay. Ich wünsche Ihnen eine schöne... Ich Ihnen nicht. Ich wünsche Ihnen nicht. Sie sind ein Betrüger. Oh, schade. Schon ist vorbei. Inzwischen vermute ich, dass ich meine Anrufe monatelang unbearbeitet liegen lassen muss, weil die ja in ihrer Gier nochmal anrufen könnten. Das ist nun schon das zweite Video, das ich deswegen neu bearbeiten muss. Das ist halt das Risiko, das ich eingehe, wenn ich vor aktuellen Betrügern warne. Wie dem auch sei, dieses Video ist nun zu Ende und ich danke euch nochmal für eure Aufmerksamkeit. Bleibt neugierig, habt Menschen um euch und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter Krascher